heute berichte ich mal von der caravan messe in berlin auf der ich mit meinem sohn war zwar trifft das nicht ganz das thema immobilien das sind ja mobilien aber ok viel spaß so 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 sieht das hausboot polnischer bauart von innen aus mit schlafkabine wc alles dabei sogar dachterrasse und damit verabschiede ich mich auch und sage bis zum nächsten mal ciao so 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 so